Bei dieser Herausforderung ist der Code eine Folge natürlicher Zahlen. Der Code besteht aus diesen Zahlen, die jeweils durch ein Leerzeichen getrennt sind. Jedes Element der Folge ist größer als 1 und keine der Zahlen ist kleiner als ihr Vorgänger. Außerdem gilt, werden alle Zahlen multipliziert, dann ist das Produkt gleich 284 Millionen plus W. W ist hierbei ein 16-Bit-Integer, in dem nur ein einziges Bit gesetzt ist. Wir können nun alle Zahlen der Folge durch 27 teilen und erhalten bei jeder einen Rest. Je größer die Summe dieser Reste, umso wertvoller der Code. Also dann, viel Spaß bei der Suche nach dem Code.